2-0 am Ende. Ich denke, die erste Halbzeit war ausgeglichen, die zweite war nach der rote Karte ganz schwierig. Wie habt ihr es gesehen? Ja, ich denke in der ersten Halbzeit haben wir schon gut gespielt und gut dagegen gehalten. Das 1-0 war auch ein Glück für Leverkusen. Wir hatten auch ganz gute Angriffe nach vorne, haben das vor leider nicht gemacht und dann war, denke ich, auch die rote Karte der Knackpunkt. Ja, ich denke auch, die rote Karte war berechtigt, aber ich finde, wir waren trotzdem in Unterzahl sehr gut und haben gut dagegen gehalten und haben im Endeffekt nur ein Tor bekommen. Hatten auch Torchancen, haben sie natürlich nicht genutzt. Ja, ansonsten denke ich, es war nicht unsere beste Leistung, aber wir haben als Team gut zusammengehalten. Nun, für euch ist es sowieso die Punkte, da muss nicht direkt gegen die Topmannschaften geholt werden. Ihr habt den November ganz wichtig mit Bremen, Essen und dann ein Derby gegen Freiburg. Ich denke, da muss gepunkt werden. Ja, da müssen wir auf jeden Fall punkten. Also, wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir da punkten und ich bin auch ganz zuversichtlich. Also, wenn wir jetzt auch unsere Leistungen aufbauen, dann werden wir das auch schaffen. Ja, wie gesagt, wir schauen jetzt nach vorne, konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel gegen Potsdam. Ich meine, man kann gegen jeden Gegner in der Liga einen Punkt holen oder Punkte holen und ja, positiv denken und dann wird es schon. Ja, dann meine letzte Frage. Dazwischen sitzt noch ein Pokalspiel leider auswärts bei Bremen, aber ihr seid eine Pokalmannschaft, da träumt ihr doch sowieso für die nächste Runde. Ja, wir haben das Glück ja zweimal nach Bremen zu fahren hintereinander und der Pokal liegt uns schon immer, auch in der Vergangenheit und da haben wir große Ziele und es ist möglich, eine Runde weiter zu kommen. Ja, das sehe ich genauso. Das Ziel ist auf jeden Fall Pokalfinale dieses Jahr und ja, im Endeffekt haben wir auch einen guten Gegner, weil wenn man die Auslösung betrachtet, gibt es auch Mannschaften, die einen schwierigeren Gegner haben und ja, ich hoffe, wir punkten dort und kommen weiter, eine Runde weiter. Ich würde sagen, Kopf hoch und auf nach das nächste Spiel. Danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.